Ja, ja, Moment, ich will kurz mal gucken, ja, Fraps nimmt auf, okay, ja, guten Tag Leute und willkommen zurück zu, ihr wisst schon was, mit, ihr wisst schon wem, mit einem tollen Spiel, scheiß Monty's, wir sind sowas von getimed, von Nintendo, das geht einfach nicht, so, Feder, wir werden jetzt sowas von cheaten, wir werden uns hier schön durch das Level schummeln, welches ist denn Krieg, hör, 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 so ist gut mal, Ja, ja, genau so bleiben, dann können wir das hier schaffen, wow! Bäms, so, okay, das hat schon mal ganz gut funktioniert, Schloss Ludwigs Kasse, hörst du ja schon mal ganz toll an, aber jetzt kriegst du ja eins aufs Dach, Ludwig, bäms! Hm, stopp, Bony Beetle, Teilviecher Genau Bonus Game wollen wir zwar eigentlich nicht, aber naja Komm schon, so Jetzt sind wir gleich hier, das ist alles ganz toll Ich hab die Feder hier eh gehasst, ich brauch die ja eigentlich gar nicht Ich will klein sein, genau, das will ich Renn, okay Ganz böse Decke Ganz böse Stopp, Schildkröte Alle Viecher killen Und Boss Mal gucken, ob ich das jetzt hinkriege Hm Oh Okay, knapp Okay, jetzt dachte ich springe auf den Panzer Das wär jetzt echt uncool gewesen Ah, komm her Bapapapap Bapapapap Und wie man hören kann, ist mein Mikro jetzt auch besser eingestellt Ich hab das mal in den Einstellungen überprüft Ist einfach jetzt sowas von toll So Boss geschafft Schloss kaputt Zack, 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 zack Nium, Welt 5 Welt 5? Ah, ist Welt 5? Wirst du schon in Welt 5, Leute? Und das mit 3 Videos Äh, fail Okay, weiter geht's Äh, mir ist langweilig Ja, genau Guck mal, was hier drin ist Pilz Ja, mach, Pilz Zur Sicherheit Nehme ich jetzt mal das Vieh hier mit So Mal gucken, ob wir das jetzt hinkriegen Blockklon Ich konnte das mal Ich krieg's nicht mehr hin Ach, verdammt So, nächstes Ähm Fail Na gut, dafür haben wir jetzt Zack Feder Krich War lag So, wir machen den Heimausgang natürlich zuerst Was auch sonst Mal Ressource von Fett Also Fett ist er Okay, den Cooper Bams Oh, mein Wecker, den ich falsch eingestellt hab Nein Ähm, Reset Minuten Wie viel haben wir jetzt eigentlich schon gemacht? Einmal einfach nochmal so 10 Minuten weiter Macht grad Spaß Ich glaub, so viel haben wir auch nur noch Naja, egal Mal sehen Geisterhaus Ja, das sieht ja schon mal ganz toll aus Hier Oh, Iwi, Iwi, Iwi Ja, kann man nicht viel machen mit ner Scheißfehler Wenn man grad im Fliegen ist Das war jetzt Glück Wo machst du dich her Das war Glück So, Iwis Ähm Wo müssen wir jetzt lang? Pilz Münze Oh Ich mag die Iwis nicht Moment Scheiße Wir schauen jetzt mal kurz Kommen wir hier hoch Okay Jetzt kommen wir wieder am Anfang Ne, doch nicht Okay Pilz 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 ist gut Geister So, wir können uns gleichzeitig springen Weil wir sowas von toll sind Feder Feder Okay Meine Rettung Ist die Feder Scheiß Scheiß Drecksvieh Das ist Geister Leben Das war keine gute Idee Es war wirklich keine gute Wie soll man das schaffen? Äh Moment Moment Da ist eine Tür 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 Okay Oh Gott Wir haben das geschafft Jetzt müssen wir mal gucken Dass wir hier nicht noch frecken Tür Das machen wir nochmal So Okay Weißt du was geschafft Und schon wieder gespeichert Geil Ne, ich find das cool Wenn man mich gespeichern kann Stopp Ach ne, das war eine Scheißidee Stopp Ha Drecksvieh So, wer hat's drauf Äh, ich weiß gar nicht mehr Wo hier der Geheimausgang war Ich glaub das war irgendwie mit dem Schlüssel oder so Oder gab's hier überhaupt einen Geheimausgang Ich weiß es gar nicht mehr Ähm, ja ich glaub das war irgendwie so ein Vieh Das ist vielleicht nicht zu weit vor Sonst verpasse ich das hier noch Nein, erst zurück Feuerblume Wollen wir die? Wir wollen die Wir wollen die Jetzt wollen wir sie Filz Okay Das war Glück, das war scheiße Hä, wie hab ich das geschafft Moment, wir brauchen die Mitte Mitte So Oh Ja Hier war der Geheimausgang So, jetzt mal ein bisschen warten Machen Moment Wie gedenkt er sich da hoch zu kommen? So Okay Ja, ja, ich wusste, dass hier was war Haha Geheimausgang Bam Äh, ups Das wollte ich eigentlich gar nicht Hahaha Huh Okay Ganz ruhig Mario Ganz ruhig Sechs Minuten noch Ich geh mal dahin, wo die tollen Sachen nicht sind Das ist meine Taktik Feder Feder Äh, 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 wär's drauf Putsig Boah Gott, der 거기 señor macht mich ganz wuschig hier, ey ok ok hintergrund der nie also welches level jetzt noch einmal machen muss welches frecke spring ich die wand an oder es geht ja gar nicht spiel auf fullscreen das ist eklig das ist eklig nein also leute das geht gar nicht man niemals durch die hex ziel ich cool hast du überstanden wo geht's jetzt wollen wir es machen wir wollen es nicht machen wir gehen jetzt hier machen die normalen das gang du bist drecksvieh moment moment zack zack schweiß angler gut sich um blumen freder freder Nein, noch recht. Finde ich cool. Mal gucken, wann Ende ist. Ich hasse mich, ein scheiß Angler. Und jetzt ist Ende. Okay, geschafft. Und jetzt machen wir hier gleich den Geheimausgang, um den neuen Switch Palace hinzukriegen. Ich hasse Schwimmlevel. Komm schon. Fuck. Das hätte ich eigentlich nicht schaffen können. Naja. Marios Schwimm-Skills sind in diesem Spiel sowas von geil. Ach, scheiße. Na gut, nächstes. Nicht für die Fische verschwenden. Scheiße. Scheiß drauf. Für den Pilz. So. Müssen wir mal gucken, woher Geheimausgang hier war. Ich weiß es nämlich gar nicht mehr so genau. Ist das Bleistifte, was aus dem Spiel rausguckt? Sieht irgendwie aus wie Bleistifte. Geheimausgang. Oh, scheiß Fisch. Okay, hier war er schon mal... Nicht! Oh, ganz ruhig Mario. Ganz ruhig. Wieso ist jetzt nichts getroffen? Nicht Frecken. Nein. Nicht Frecken. Frecken ist nicht gut für die Gesundheit. Okay. Hier war der Geheimausgang. Ich sehe es gerade. Böse Fische. Böse Fische. Rewind. 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 Ja, ja. So ist gut. Pilz. 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 Ja. Okay, der Pilz rettet mir meinen Arsch. Ich sehe es. Böser Fisch. Böser Fisch. Ganz böse. Scheiße. Drecksvieh. Okay, geschafft. Okay, jetzt müssen wir den noch schaffen. Dann haben wir es. Moment, dass wir jetzt... Ach, scheiße. Egal. Egal. Durchgehen. So. Wieso schaffe ich das andauernd? Geil. Okay, das fände ich jetzt cool. Dass ich es dauernd schaffe. So, es bleibt nur eine Frage. Wo ist jetzt der normale Ausgang? Wahrscheinlich kommen wir dann wieder zurück, wenn wir hier die normalen machen. Deswegen... Nein. Cool, Simon Cape. Okay, nein. Ich weiß es nicht. War das hier? Ich könnte hier mal von hier einen normalen Ausgang machen. Ja, das könnte ich. Einfach durchfliegen. Oder auch nicht. Na, komm. Leben. Ja, nee. Ist klar. Das war knapp. Okay, neue Feder. Scheiße. Nein. Ganz ruhig. Ich will jetzt einfach ganz normal durchlaufen. Wie ein normaler Mensch. Wie ein normaler Mario. Okay, ich dachte... Jetzt hab ich scheiße gebaut. Ja, hab ich auch. Rewind. Rewind. Gerewindet. Hammer, Bruder. Nein. Okay, Zeit zu Ende. Aber das Level will ich jetzt noch machen. Und ich mach viel zu viel Scheiße und latsche ich nicht einfach durch. Halt doch mal die Klappe. Okay, gleich bevorstehen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 15, so. Herr, nee, ist klar. Also, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bei... Let's spielen. Forest of Illusion 2. Weil der will ich dann weitermachen. Also, tschüssi.